Hallo Leute, wir beschäftigen uns heute mit Welt 7 Aber vorher will ich euch noch was zeigen Nein, das nicht Sternmünzen Gehen wir mal durch, von Welt 1 ab So, das sieht gut aus, sieht auch gut aus, schön 4, 5, 5, 6, da links unten Da fehlt noch was Und das machen wir, bevor wir hier in die Welten gehen Also, die Pflanze sieht so cool aus, äh, mit den fetten gelben Lippen Also nochmal Welt 6 Das war in der Festung Das war die erste Münze Und irgendwie bin ich volle Kanne dran vorbeigerannt Also sollte nicht allzu schwer sein, die jetzt noch zu bekommen Der schwierigere Part ist eigentlich bloß durch das Level nochmal durchzukommen Mit diesen fetten Ach, wie soll ich das Stachelteil nennen? Keine Ahnung Erstmal haben wir uns hier wieder Power-Up Nur zur Sicherheit Ich mag diese Wartenphase nicht Das ist ein Action-LP Da muss die ganze Zeit was passieren Na, nicht reinspringen Nicht reinspringen, Mario So Bin die ganze Zeit so zappelig Okay, einmal müssen wir noch warten So, wir haben ja die erste Münze Nicht bekommen Also muss es ja irgendwas am Anfang sein Und zwar hier unten So Oh Interessant Bin ich zwar wieder unten, aber wurde nicht getroffen Gut, dann haben wir auch in Welt 6 alle Münzen Jetzt muss ich das Ding nur noch nach Hause bringen Und das geht mir viel zu langsam Schneller, 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 schneller Hoch, Mario Mario Ah, geh runter, geh runter Das Level kennen Wird auch schon Ist doch ein alter Hut Hm Hier kommt man auch so ein Stückchen hoch Glaube ich Doch nicht Okay Ich mach's auf Nieme schwerer Weg Vereisen geht auch nicht Hm Wer hätt's gedacht Wer hätt's gedacht Hoch hier Hoch hier Hätt's geschafft Und Hier können wir gleich weiter Brauch ich gar nicht Stop Weg, 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 weg 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 Machen wir mal einen kleinen Speedrun draus Aber Speedrun hierfür Für das Level Ist echt eklig Wo macht man ja denn das hier Nur mal Um zu zeigen Was man hier machen müsste Nein 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 Vollkommen umsonst Aber auch ne coole Idee eigentlich Speedrun Mario Müssen wir natürlich einschränken Ob mit oder ohne Diese Kanonen Und Ich hab mich ja gefragt Was Eigentlich in den Kanonen Ab Level 4 Drinnen ist Und Ähm Eigentlich ne ziemlich blöde Variante Wie ich finde Es ist jedes Mal Ne Kanone Die zu Level 8 führt Äh Zu Welt 8 Welt 8 Das find ich ist eigentlich Nicht so schön Wenn sie noch Kanonen reinbauen Hätten sie sich ruhig was ausdenken können Einfach nur Abkürzung Immer zum letzten Zur letzten Welt Ist Ach Find ich nicht gut gemacht Schade Das meiste in dem Spiel Ist nämlich richtig cool Zum Beispiel die Münzjagd Die Ich ja auch schon hochgestellt hab Na Können wir's Mit Verbrennen machen Anscheinlich Na gut Äh Nicht gut Hops So Komm Boah Neiiiinein Äh Ah Das war blöd Pilz und dann gleich nochmal Boah Das war dumm Dann springe ich zweimal in seinen Panzer rein Hm Na gut Wenigstens Nur die Hälfte Hm Ich hab heute irgendwie ein bisschen Spielprobleme Einfach hoch Zack Und hier weiter hoch Und weiter hoch Und Die Rollen sind eine coole Idee Ähm Runter Ja Komm 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 Und Komm Komm Und hier hoch 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 Und Mist Nein Mario Nein Boah Was mach ich denn für Müll Pilz 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 Herr komm Boah Boah Da muss eine Welt hinter diesem komischen Stachelding sein Hm Der Pilz war in einer anderen Dimension Na gut Nochmal Entgegner-Time So Wollen wir mal ein besserer anfangen Hallo Nicht gut Ah Mensch Mario Okay Mensch Ich bin ein wenig verwundert Der war doch so einfach Relativ einfach Zumindest Ich stelle mich gerade ein wenig Bescheuert an So Konzentration Mario Konzentrier dich Konzentrier dich So Okay Fein da Fein da Ja Genau So So ist gut Und Nein Noch mehr brauchen wir nicht Jetzt So Okay So sieht schon mal Viel besser aus Und jetzt Jetzt aber Hoi Ich glaube zumindest Dass du hoi bist Da bist du Ich kenn dich nicht So So ist gut Und Nochmal Zack Sprung Sprung Brung Treffer Egal Na Endlich Boah Das für eine Münze Na gut Dafür haben wir jetzt alle Boah Ich hoffe das führt kein ganzes Video So So Yay Alle Sternwürzen in Welt 6 gefunden Nein wir speichern nicht Und wir gehen endlich in Welt 7 Eine Sehr schöne Welt Äh Die auch sehr tödlich sein kann Okay Erste Welt Boah Blöcke die hoch und runter gehen Böse Erinnerung Ganz böse Erinnerung Es geht natürlich nach oben Die Wolkenwelt Ganz klar Das heißt Ganz viele Abgründe Und Leute Schaut euch das an Was haben die Leute Die das hier programmiert haben Bitte geraucht Es ist Komisch Es ist bunt Es dreht sich Und Wackelt Und Aha So Dann schauen wir mal Gibt es hier auch was Geht es hier rein Geht es hier rein Auch nicht Boah Zack Tod Hier auch was Münzen Boah Münzen Oh Da oben ist Eine Sternenbünze Oh Ups So Gut Geht es da Rein Okay Welt 7 Wird lustig